Hallo zusammen. Kennt ihr Ätherischöle? Wo habt ihr Ätherischöle schon gesehen? Ich kam mit ihnen zum ersten Mal in Kontakt an den Weihnachtsmärkten, wo die wunderbaren Stände sind, wo so viele verschiedene Tüfte sind. Ich war jedes Mal sehr begeistert. Ich habe es bei mir in eine Duftlämpe gelegt und mich am Duft gefreut. Und dann habe ich noch viel mehr erfahren über die Öle. Die Öle duften eben nicht nur. Das habe ich gemerkt. Und zwar kam ich so dazu. Mein Hund hatte ein Problem mit der Haut. Es war eine Art von Problemen, das man nicht zum Tierarzt muss. Aber man merkt, dass etwas nie so richtig ist. Und dann habe ich ihm eine Kollegin erzählt. Und die hat gesagt, da kannst du etwas machen mit Ätherischöle. Gesagt, getan. Und die Wirkung war also verblüffend. Von diesem Zeitpunkt habe ich mich vertieft angefangen, damit zu befassen. Was ist hier alles möglich. Ich habe mich auch mit Literatur eingedeckt. Und habe herausgefunden, dass Ätherischöle eben nicht nur duftet. Das ist einfach eine Seite davon. Ich kann eigentlich ständig meinen Diffusor laufen. Und welchen Duft ich herstelle, das mache ich jetzt etwas gezielter. Nicht nur, was gerade gut schmeckt, sondern welcher Duft ist für was. Das heisst, welches Öl ist für was. Ätherischöle kann man auch reinnehmen, wenn sie rein sind. Das ist die Bedingung. Ätherischöle wirken durch die Pflanzen, die daraus gewonnen sind. Die werden dann ja destilliert. Und es gibt ein Konzentrat. Und die Duft haben eine Wirkung auch auf unsere Stimmung. Also wenn man ein Lavenderöl in den Diffusor tut, wirkt das beruhigend. Zum Beispiel zum Einschlafen oder einfach, wenn man ein wenig angespannt ist. Oder ein wenig nervös ist. Wenn ich jetzt eine Pfeffermünze in meinen Diffusor tue, dann werde ich dann eher angeregt und erfrischt. Oder ich kann es zum Beispiel auch im Auto auf ein Tüchchen tun und habe den frischen Pfeffermünzgeschmack. Ich kann mir aber das Pfeffermünzöl auch auf die Haut treiben. Bei Verspannungen zum Beispiel. Es ist auch super für Sportler. Es gibt keinen Muskelkater oder viel weniger. Bei einer Anstrengung. Man kann es auch zum Kochen brauchen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich mache jetzt eine feine Dipsauce und ein bisschen Zitronenöl in. Für Kinder ist das Zitronenöl auch gut. Zum Beispiel für die Konzentration. Man ist fokussierter. Für die Schule kann man das gut nehmen. Dann gibt es auch Ölmischungen, wo verschiedene Öle zusammengemischt sind. Bei den Ölen, die ich brauche, vorwiegend alte Rezepte, die man wieder zusammengesucht hat und diese Mischungen hergestellt hat. Meine Öle sind alle von Young Living. Young Living ist eine amerikanische Firma, die weltweit Farben betreibt, wo Pflanzen gehägt werden, um diese Öle daraus zu machen. Young Living hat ganz hohe Standards und Richtlinien für die Ölgewinnung und Herstellung. Es wird immer wieder gemessen, bevor eine Pflanze verwendet wird, ob sie wirklich die Inhaltsstoffe hat und in dieser Menge hat, die es nötig ist, um diese Wirkung zu haben, die erwünscht ist. Young Living arbeitet auch sehr fair. Es wird darauf geschaut, dass zum Beispiel keine Kinderarbeit gemacht wird, dass Frauen und Männer den gleichen Lohn bekommen, und zwar eben weltweit. Auch in China ist das so und in Afrika. Da gibt es keinen Unterschied. Es wird auch immer sehr genau überprüft, dass hier wirklich eine Garantie da ist. Das überzeugt mich für Young Living. Nebst der Reinheit. Dadurch, dass diese Öle so rein sind, kann ich diese wirklich bedenkenlos überall brauchen. Es gibt keine allergischen Reaktionen. Viele ätherische Öle, das habe ich mittlerweile herausgefunden, sind nicht ganz rein. Wenn es etwas zu wenig drin ist, wird noch etwas von einer anderen Lavendelsorte reingenommen. Das heisst, es ist eben nicht mehr die gleiche Wirkung, weil dort andere Inhaltsstoffe etwas stärker vorkommen und etwas weniger vorkommen. Oder es wird mit Synthetik geschaffen. Es gibt Öle, die, wenn man sie aus den Pflanzen gewinnt, zum Beispiel das Jasmin-Öl oder das Rosenöl, die sehr, sehr teuer werden, aber auch sehr, sehr gut sind. Die synthetischen Öle würde ich hier nicht nehmen. Aber das ist einfach die Alternative, die sich viele Firmen ausgedacht haben. Dann können Sie es etwas günstiger machen. Es kostet etwas weniger, aber es hat nicht diesen Effekt. Dann reicht es wirklich nur noch für uns die Lämpchen. Aber wer einmal Young Living Öl geschmückt hat, der weiss den Unterschied. Und der wird wahrscheinlich nie mehr ein anderes Öl brauchen. Ich brauche das Öl auch für Tiere, man kann es auch für Pflanzen brauchen, man kann Massagen damit machen, man kann es eigentlich im Alltag von morgen bis am Abend einsetzen, so wie es für einen gerade passt. Young Living hat aus diesen Ölen auch andere Produkte gemacht, zum Beispiel Kosmetik, feine Creme, Shampoo, eine wunderbare Zahnpasta. Ein Öl, das mir besonders gut gefällt, das hat den Namen Didibe. Und das ist eine Mischung, die ist aus der früheren Zeit, aus der Pest- und Cholera-Zeit, wo eine Diebesbande, die hat vorwiegend die Krankenüberfalle und die sind einfach nicht krank geworden. Und als man sie dann gefasst hat, haben sie eine Strafmilderung bekommen, weil sie ihr Rezept verraten haben. Das wirkt antibakteriell. Ich habe das unterschrieben, ich habe es jetzt mehrfach gebraucht. Es riecht sehr fein, ein wenig mit Zimt drin, Melken hat es drin und noch andere Öle. Aus diesem hat Young Living ein Putzmittel gemacht. Wenn man damit putzt, riecht nachher alles wunderbar. Man kann auch noch andere Öle dazu mischen, wenn man noch einen anderen Duft möchte. neben dem, dass es wirklich Poren tief reinputzt. Und die Bakterien wirklich beseitigt sind. Die Diebe ist so, dass wenn man damit putzt, dass keine schädlichen Stoffe ins Wasser geht. Das schafft, glaube ich, sonst kein einziges ökologisches Putzmittel. Irgendein Restbestand ist immer noch da. Bei den Dieben ist das nicht der Fall. Also man könnte es eigentlich trinken, wenn man möchte. die Ätherische Öle greift synthetische Stoffe an. Das ist noch eine wichtige Information für euch. Also wenn ihr z.B. mit herkömmlichen Dusche oder Shampoo euch wascht, wo zum Teil Silikon oder, nehmen wir jetzt mal, die extremste Pfeile, die eigentlich aus Erdöl besteht, dann gibt es Ablagerungen auf eurer Haut. Und die Ätherische Öle greift diese an. Also die lösen diese eigentlich auf. Wenn ihr jetzt Ätherische Öle auch in so PET-Plastik-Sachen eintönt, dann greift ihr Plastik an. Also pass auf, wenn ihr mit Ätherische Öle und synthetischen Oberflächen arbeitet. Auf der Haut kann es einfach eine Reaktion geben. Oder ihr merkt, es löst sich etwas ab. Natürlich nicht die Haut, aber das ist einfach das, wo noch drauf ist. Verschrecken also nicht. Wechselt eher das Duschmittel. Young Living hat übrigens auch gute Duschmittel. Dadurch, dass die Ätherische Öle die synthetischen Stoffe angreifen, ist, wenn die jetzt ins Abwasser kommen, dann wirken die eigentlich reinigend aufs Abwasser. Weil erst einmal alle anderen Putzmittel haben so Stoff drin. Und überall ist ja der Mikroplastik in aller Munde. Ätherische Öle sind ein wirksames, sagen wir mal, Gegenmittel gegen Mikroplastik. Also wenn ich mit Young Living putze und wasche, kann man übrigens auch, reinige ich eigentlich noch das Wasser. Und dann ist einfach so die Idee dahinter. Und das finde ich so wunderbar an Young Living. Wenn jetzt ganz viele Menschen, ich sage jetzt einfach mal, wenn jetzt 100 Menschen, oder mein Dorf, wo ich hier wohne, alle mit Young Living putzen und sich pflegen. Dann hätten wir das sauberste Wasser und würden das sauberste Wasser weitergehen aus der Kläranlage hinaus, in Rhein, ins Meer hinaus nachher. Wenn wir uns jetzt aber vorstellen, wenn wir mit Young Living waschen und putzen und sich pflegen. Der Effekt, der mit unserem Wasser passieren würde, wäre wahnsinnig. Aber es ist eben nicht wahnsinnig, wenn es Young Living hohe gibt. Und wir könnten das wirklich. Also wir könnten eigentlich die Umweltverschmutzung reduzieren. Nicht nur stoppen, sondern reduzieren mit dem. Und darum ist in mir der Wunsch gekommen, das zu teilen. Ich würde das sehr gerne mit euch teilen. Ich mache auch Infoveranstaltungen zu diesem Thema. Ich kann euch zeigen, wie ihr selber zu Young Living Öl werdet, oder vielleicht auch so wie ich zu jemandem, der das auch in die Welt raus tragt, damit es noch viel mehr Leute wissen und noch mehr Leute daran teilhaben können. Und ich lade euch ein. Zu mir. Oder ich komme auch gerne zu euch. Ich freue mich auf eine Kontaktaufnahme. Ihr findet mich unter www.thetacarolina.ch Bis bald. Und? Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.